Wir sammeln für die Aktion ein Herz für Franz Peter Tebatz von Elst. Das finde ich sehr vernünftig. Ne? Würden Sie auch was spenden? Ja, sicher. Warum nicht? Der arme Mann. Haus renoviert und alles. Und die Kosten, ich habe gehört, die Badewanne alleine kostet 15.000. Ich meine, ich habe zwar nicht viel, ein bisschen Rente, aber warum soll man Lohnleitenden Bischöfen nicht auch was geben können? Also die Kosten würden Sie übernehmen? Ich würde die Kosten übernehmen, aber sicher. Das ist ja nett. Geben Sie mir die Kontonummer, ich fange morgen an zu überweisen. Danke schön. Bitte schön. Würden Sie auch was spenden? Ich war ja gerade schon einkaufen. Ich habe gerade kein Kleingeld mehr dabei. Hm. Könnten Sie vielleicht was abheben? Für den Bischof? Der arme Kerl, ja. Okay. Ja? Da ist ein Geldaufbau zurzeit. Er ist auch gerade besetzt. Wir warten so lange. Also ich war gerade zum Blutspenden. Ich wollte mir was nebenbei verdienen. Aber jetzt kriegt das der Franz Peter von mir. Na dann. Bitte schön. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Hallo. Wir sammeln für Tebats von Elst, der armen Kerl. Ja? Möchtest du auch was spenden? Ja, na klar. Wir Katholiken müssen ja zusammenhalten. Wie viel hast du so? Ja, 30 Euro. Super. Tschüss. Danke. Tschüss. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, so bin ich halt der arme Kerl. Für seine neue Badewanne. Ja, super. Danke. Bitte schön. Hallo zusammen. Wir sammeln für Tebats von Elst. Ja, ich habe hier gerade was verdickt. Habe ich ein bisschen Geld zur Verfügung. Ja, dann. Hier. Danke schön. Der hat ja große Geldsorgen im Moment. Billig fliegen muss er jetzt. Ja, der arme. Ich gebe Ihnen ein Tausender. Ist das recht? Wird das ihm helfen? Das würde helfen. Aber haben Sie noch ein bisschen mehr? Ja, das war es eigentlich. Es reicht für einen Moment. Der arme Mann, ne? Ja. Wollen Sie vielleicht auch was spenden? Was kann ich geben? Ja, ich könnte mein Auto spenden, wenn Sie den Mercedes nehmen wollen. Jeder Cent hilft. Ich hoffe, dass es dir hilft, ne? Vielen Dank. Franz Peter Tebats von Elst. So, wenn der hier gleich sieht, wie ich mit Erspin im Feier spiele, dann kauft er mich direkt für den nächsten Gottesdienst ein. Zusammen hier mit der ganzen Band. Aber hier, bling, bling. Sehr teuer. Weiß nicht, ob er sich das leisten kann. Wir würden kommen, oder? gyden, bling, 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 bling. Ja, 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 ja.